Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem erneuten Video. Ja, wo kommt der Begriff Stuhlgang her? Ja, das möchte ich euch gerne mal zeigen. Also hier haben wir schon mal den Stuhl. So, und der Stuhlgang, der sieht wie folgt aus. Man schnappt also diesen Stuhl und geht damit einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Also in diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Der Stuhlgang ist dann beendet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao. Ja, Sven.